Der große Vorteil der Doku-App ist es, dass ich eine fertige Projektdokumentation für meinen Endkunden erzeugen kann. Die Doku-App erzeugt mit Hilfe der hinterlegten und eingepflegten Daten durch den Solateur die fertige Projektdokumentation, die dem Kunden hinterher direkt per Mail, per PDF zugeschickt werden kann oder auch über Messenger oder über einen Stick oder wer möchte, kann es natürlich auch ausdrucken und dem Kunden in dem Ordner nachher zur Verfügung stellen. Und wie ihr dieses Dokument erzeugt, das zeige ich jetzt. Am Ende der Projektdokumentation wechsle ich dann in unseren vierten Arbeitsschritt und kann die Projektdokumentation, sprich das PDF für den Endkunden erstellen. Direkt auf dem Handy kann ich den Kunden unterschreiben lassen. Wenn mein Kunde dann unterschrieben hat, kann ich auf Projektdokumentation erzeugen klicken und die Projektdokumentation wird als PDF generiert.